Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Köln Bundesliga 2017-2018, dritter Spieltag FC Augsburg gegen RCFC Köln, Ergebnis 3 zu 0 Startelf, FC Augsburg Hitz, Operé, Corvalev, Hicken, Hintikär, Max, Kaketria, Bayer, Heller, Gregorch, Gagaiubi, Finnburgson Startelf von RCFC Köln Timo Horn, Glünter, Störensen, Heinz, Hector Lehmann, Höger, Soler, Bittenkurt Osako, Korakotuba Das war's von FC Augsburg gegen RCFC Köln 13 Uhr 32 13 Uhr